Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Sekund. Willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, auf jeden Fall. Ostern ist hier am Start und Gian ist auch hier am Start. Ja, wohin geht's? Nach Köln. Nach Köln. Was machen wir da? Was machen wir da, Gian? Soll ich sagen oder sag Sekund? So, Gian, spielen wir FIFA? Nein. Ja, was spielen wir dann? Das seht ihr ganz genau, wenn wir in Köln sind, Freunde. Ach so, wir fliegen nach Köln. Ich wusste ja nicht. Alles klar. Okay, Jungs, ich melde mich. Bis gleich. So, Freunde, endlich, Alter. Nach zwei Stunden, also gehen wir jetzt rein. Ja, kaum geschlafen mit Ostern und der hat nur eine halbe Stunde gepennt. Angeblich. Ja, wir sehen uns. So, jetzt sitzen wir endlich hier. Ey, was macht Food Champions Karriere? 26-0, einfach Disconnect, 27-Spiel. Nein, nicht Disconnect. Gegner hat Blitz gemacht. Also, bei 4-1, ich hab einfach nie da, da kennst du das so? So, 26-Spiel, Daniel. Also, er lügt. Also, ich komme von hinten, er lügt. Ich habe einfach chillt. Ey, ey, ey. Einfach schlafen. Verstehst du? Verstehst du Englisch? Was sagst du gerade? Einfach schlafen. Einfach schlafen. Einfach schlafen. So, Freunde, wir sind jetzt in Köln. Von Hermann und... Ah, ich hab sogar Kölnsteigkult. Ich habe Kölnsteigkult. Wir sind gerade im Bus, der sagt... Er hat Kölnsteigkult. Wir sehen uns falsch. So, Freunde, wir sind endlich da. Und ich bin einfach mal rot. Ja, wegen dem Lichtern auf jeden Fall. Ja, die lachen schon. Oson und Jian zocken schon. Ja, wir zocken heute kein FIFA, sondern... Street Riter. Ja, wir sind eingeladen hier. Und zwar... Von Red Bull Pit. Dankeschön, auf jeden Fall. Ja, was sagst du dazu? Wir haben jetzt ein paar Runden gezockt. Okay, er ist einfach überall Profi, Alter. Er dämoniert einfach alle, Alter. Er macht einfach perfekt. Nicht mehr K.O.? Noch mal, noch mal. Guck mal, nochmal. Noch mal, wir gehen rüber zu Jian kurz. Ja? Also, Digga. Digga, ich brauch... Zwei Minuten für einen Controller, dann hab ich jedes Spiel. Einfach zu krass. Gerade... Ich bin ehrlich... Es ist einfach zu krass gerade. Gerade war einfach perfekt gegen Seko. Das war übrigens... Auch gegen... Auch gegen Dings, oder? Osa? Nein, Bruder. Nein? War knapp. War knapp. War knapp, ne? Aber kommt gleich. Kommt gleich. Ja, wir gucken mal. Was sagst du denn dazu? Also... Das war wie immer eine coole Sache. Es ist was anderes. Es ist was anderes. Es ist was anderes. Es war so, wenn man so... Kein Bock mehr auf FIFA hat, so. Ja, auf viel. Ein paar Stunden. Kann man auf jeden Fall das FIFA weiter spielen, war? Ist schon nice. Auch bei den Fehlenswert. Das war wie immer mal interessant. Aber ich kann es einfach. Jian lacht schon die ganze Zeit. Ja, nein, Alter. Digga, ich komm gar nicht klar, Alter. Ich weiß ja nur irgendwas. Also, damals hab ich auch hier gezockt, so ein bisschen. Also, keine Ahnung, vor 10 Jahren oder so. Ich kenne nur Rio und Ken. Und wir zocken auch Jenna, Rio und wir haben Ken. Und wir verlieren die ganze Zeit. Spiel mal du. Ja, ich spiel jetzt mal. Ich zerstöre gerade. Nimm mal meine Kontrolle auf. Man weiß nicht, was man da bringt. Hier gibt es so viele Kombos. Guck mal. Boom. Ja. Ey, das soll ich normal hier machen. Da gibt es soiki. Er weiß einfach alles. Erst, dich normal. Auf jeden Fall spielen wir gleich bei einem Turnier mit. Und die fragen uns die alle, ob wir trainiert haben, ob wir das Spiel überhaupt können oder so was. Und ja, wir drei haben keine Ahnung vom Spiel, aber wir müssen gleich gegen Profis und sowas antreten. Ey, er weiß, die machen Dings doch für einig. Und das im Livestream, also das kann eine Blamage werden. Oder wir sorgen für eine Sensation. Ich hab keine Runde verloren. Unsere einzige, unsere einzige Hoffnung ist Gian heute. Gian. Keine Runde verloren, auf jeden Fall, ich will gegen die Profis ran und alles gehen, man. Also, you always hold me down. And that's some shit I won't deny. Nobody know me like you do. That's why I'm keeping you around. Cause we've been friends for a long long time now. But when that lick of kitty, man ya can't lie. You bad as hell. And I don't wanna fuck up what we had, but. Sometimes I fall into the road. When it's you and I, we're all alone. So Freunde, was für eine Stimmung hier. Also, Jens spielt sozusagen die Franzosen gegen die Deutschen hier und Jehan, ey Jungs, erster Plan safe. Ich hab gehört, dass eventuell der Europameisterin ist. Da ist auch die Europameisterin. Kein Problem, easy win, Leute. Alles klar, Freunde. Die Franzosen haben jetzt geboren, aber der Junge spielt doch sehr, sehr stark. Krasse Stimmung, krasse Stimmung. Wie geht es ab, Freunde, wie in FIFA. Ich bin bei Street Fighter. Ich bin bei Street Fighter. Ja, ich werde FIFA jetzt lassen. Ich gehe immer zu Street Fighter. Ich bin Peter, was spüren. Und wir zeigen euch mal gleich ein paar Szenen, Freunde, wie die Leute hier abgehen. Ich finde das richtig geil. So, Seko spielt jetzt. Sehr cool. Viel Glück, Digga. Was viel Glück, Digga. Okay, perfect. So, Freunde. Also, Herbsttag ist vorbei. Wir hatten insgesamt zwei Match. Ja, natürlich haben wir verloren. Aber wir haben gut gespielt. Aber letztlich war eine Katastrophe. Auf jeden Fall. Einfach mal. Ich habe zweimal Perfect gekriegt. Also, man sagt so, oder? Perfect heißt, dass er verliert, ohne den Gegner einmal zu treffen. Nicht mal so, nicht mal berührt. Bei Ostern auch? Bei Ostern einmal. Und bei dir einmal. Ja, einmal? Wir hatten einmal jeweils. Ja. GG. Digga, das war krass. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war's erstmal. Wir gehen jetzt essen. Und ja, wir nehmen uns natürlich mit. Was geht ab, Freunde? Zweiter Tag hier. Und ja, wir frühstücken jetzt. Und ja, wir konnten halt nicht mehr weiterfilmen. Wir sind auch gleich schlafen gegangen. Ja, was heißt schlafen? Wir haben alles kurz gegessen. Und ja, dann direkt schlafen gegangen. Wir waren extrem müde. Ja, wir frühstücken jetzt. Und ja, danach geht's weiter. Natürlich nehmen wir euch mit. Und ja, bis gleich. So, Freunde. Auf jeden Fall eine geile Atmosphäre hier. Ja. Es ist komplett anders. Es ist nicht wie so in FIFA. Ähm, ja. Wenn die auf einmal gewinnt, dann... Ja, wenn die auf einmal so gewinnt, dann schreien die, jubeln die einfach. Es ist schon nice auf jeden Fall. Macht schon Spaß. Aber ja, die sind gar nicht gut. Es ist wirklich weiter. Naja, das ist recht. So, Freunde. Jetzt spielt unser Favorit-Spieler. Ich hoffe, ihr hört mich. Und ich zeig mal jetzt ein paar Szenen, wie er zockt. So, Freunde. Er hat fast verloren. Aber mein krasses Spiel auf jeden Fall. Ja, mein Akku geht auch gleich schnell. Ich hoffe, ich habe noch einen Endcut. Wenn nicht, dann sehen wir uns zu Hause. Bis gleich. So, Freunde. Ja, das war's auch. Eintag Köln. Es hat riesen Spaß gemacht. Dankeschön an Red Bull The Pit für die Einladung. Und ja, wir steigen jetzt auch rein. Ja, Zugverspätung wollte ich sagen. Flugverspätung, halbe Stunde. Es hat riesen Spaß gemacht. Und noch was? Ja, wir schauen, was wird euch gefallen. Wenn ja, liken und natürlich Gihans Kanal abonnieren. Und wiederumschreiben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.